Alles hell Ich will vor jedem den Scheiß spawnen wieder Ich werd grad vergewohltätigt Ja Weg von mir, ich will nicht vergewohltätigt werden Ich hatte mich ja die ganze Zeit gewundert, warum Nur ein Mana Pool die ganze Zeit gefüllt wird Ja Du musst direkt auf den Mana Pool schießen Geil Aber wenn da was im Weg ist, um Mana Pool, dann geht das nicht Nö Dann ist AA Man geht da weg, ihr kleinen Elefantenkinder Hey Alter, hab ich nicht gesagt, ihr sollt sterben Ich bin doch kein Spielzeug Zombie-Hob Gehen wir nicht auf den Sack Ja Gehen wir automatisch Kohlproduktion Steinproduktion Läuft Was seid ihr denn für geboostete Viecher? Ähm, das ist Twilight Seid alle gebo... Oder sind die durch TomCraft Geboostet Ich glaub ne Kombi durch Twilight und TomCraft Da ist die hässlichen kleinen Kobolde Die sind hässlich und kacke Ich find da hier nie... Alter Hast du mich grad geboxt, geboostet, das Viech? Das ist Twilight Ne Der weint auch nur rum, weil ich den getötet habe Das ist sein Kollege gewesen, der hat mich angegriffen Alter, du bist ja schon wieder geboostet Geboostet Der Streit durch Ausrasten Wär ich mal hier fahren gewesen Hab schon wieder Level 18 Geboostet Aha Ich brauch doch nur noch nen Diablock Wie wärs denn damit? Hm? Wie wärs mit Dias? Wechseln hab ich... Egal, Wechseln Mein Gott Man kann nie genug, wenn du noch nen Pflanzen haben Nein Nein Ich glaub... Ich hab schon wieder die Baby-Zombie gehört Geht doch weg, ey Ich will doch hier die wieder raus Sonst ja, aber schneid ich auch nicht Hehehehe Noch ein bisschen Silber mit Silber? Noch noch mehr mit Ah, immer mitnehmen So Mal das 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 war grad ein bisschen komisch, hält sich das an Ja Weil ich den Husten unterdrückt hab und ein bisschen Bisschen komisch unterdrückt hast, kann das sein? Hm Warten wir mal so lange In der Zeit stellen wir die mal wieder auf Zum Zack Eigentlich geht das relativ schnell mitnehmen Zumindest wenn du kannst halt bauen, wir benutzt dafür Oh, ein Compressed Zombie ist klar Hehehe Wow Hehehe Na, hier noch irgendwas dran Das hat doch geboostet, verpisst euch Nö, nö, nö Eigentlich Ja, mach ich gleich Erstmal setz ich die hier nochmal Hmhm Ja, du wartest, dass ich schön das Loch freimache und du hier durch kannst, ne? Du kleiner blöder Kack-Zombie Das dachte ich mir Wart schön, bis ich das Loch freimache, um euch rüber zu kommen Du kannst denken Jo Nö Nö Ah, scheiße Dinge dich unten Zick hat die Sponsor So, letzte Fackel, ich hab keine mehr Ich glaub ich geh erstmal raus hier Ja Ja Stopp Hier mit dir erstmal ein Alter Plack, 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 plack Ich will hier gleich nochmal rein Dann Okay Na Zombies, macht's Spaß da und Warum ich das nochmal gemacht hab und den mir ausgelassen hab Ciao Gott Pünfer kam ich von hier Pünfer kam ich von hier Tschüss, Skelett, kommst du mit? Komm mit Durch mein Loch Komm Gibt's ein bisschen Schläge Komm mit Komm mit das mit Und das Heißt 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 sterben ja hier durch hier durch glaube ich jetzt ist die frage wo kam ich das ist die feier fly das passt der weg ob er geht auch weg hallo lass mich da durch freundin tschüss freunde nein 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 ja da kann mich durch kaum komme ich dabei und sind das ein bisschen an zu lenken bei mir ist manchmal normal übertrieben ist vollständig übertrieben ist habe ich gestern aber noch nicht ich komme wieder zurück oi ist ja dunkel was gab eine ausbeute hier ja ach ich weiß warum das lag warum deswegen case ist voll komm her ich mache schon ein upgrade dafür ja ja nur minimal ich merks nicht ja ein bisschen ist das seit irgendwas steht da noch drin rum redstone der farbe hat irgendwie jetzt farbe fallen lassen farbe und glaube ich ein zombie kopf okay voll der hammer ey das ist ja voll lustig ja dass die swings fallen ist auch krass da muss ja mal gucken ob man da irgendwas tolles noch ausmachen kann das ist ja auch geht ja sonst anders ja Jaja WTF What? Ufff, ufff, was ist denn das denn für Geräusche? Hä? Was ist das denn für ein Ende, man? Nein Das Vieh verreckt gar nicht, komm mal her, hörst du das? Ich vermute mal, der ist unter Alkohol Wut Wut Ich weiß nicht, ob das durch meinen Zahnpack ist oder so, das Geräusch Bogenschwert da drin rum Ähm, irgendwie ist der voll gefüllt gewesen Wie? Jetzt What? Ich vermute mal ganz stark, es ist voll hier Die ganzen Dinger sind alle voll Ja, die sind sowieso Ey, ja, die, die ist deutsch dran Fettig am Arsch Wo sind wir denn, ey? Mach mal Hab ich nur eine fertige? Kann ich dir nicht sagen Ich auch nicht Ich weiß das nicht Mindfactory Block brauche ich glaube ich, dann brauche ich Plastik und Enderperlen Ähm, düp 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 Plastik da Das wollte ich Hammer, ey Hammer, ey Ah Das ist echt Hammer Hammer hastig Ja Die gehen höchstens jetzt nur noch ins Loch Wie? Ins Loch So Ja Die können auch noch ein bisschen Die können auch noch ein bisschen Hier Können wir auch hier rausnehmen Schwuppdibupp Schwuppdibupp Ja Jetzt kann er ganz entspannt erstmal das Blut wegmachen Ja Ja, das ist der Arschfiel da drin, ey Hab ich auch nicht gedacht Na gut, wenn es irgendwann voll ist, dann weiß ich ja nicht wohin damit Ja Hi Ich liebe das, wenn du da hinten bist und zu voll zum Laufen nimmst du eine Enderperle raus Mach's eh genug Ja, hab ich grad schon gewundert, was soll das denn jetzt? Werf mach ich immer Werf immer Enderperlen hier rüber So behindert, ey Ja, massenweise Warum bist du behindert? Na So, Axel, taktisch Sooo Jetzt werde ich mich mal ganz Geingeniert Daran machen M-m-m-m-m-m Achso ich muss das ja noch umbauen, ja Das stimmt Ja Machen wir jetzt als Erstes Das bauen wir, das brauchen wir Kom, komme ich zu meiner Insel Und meine FPS Wupp Wupp, wupp, ab nach oben Das ist halt der Unterschied, ne? Ne zäunen stick mit dahin stimm ein werkzeug reingeschmüsselt das kann jetzt der wassertank da hinten raus und er kommt jetzt dahin wird eigentlich immer noch das ist zentus wieder live und lebt voll ein weg ja so wie du doch richtig da jetzt nicht raus doch aber sowas von sicher schubidubidu ich glaube bei dir ist das nicht nur schubidubidu übrigens habe ich mir gestern auch noch melonen ziehts auf 10 gemacht warum hast du die ich habe die doch selber auf 10 einfach so ich habe keine fünf minuten dafür gebraucht da musst du ein großes feld haben schiebst sie einmal drüber genau großes feld einmal rauf da einmal mit bonemail komplett drüber abernten bonemail hatte ich ja nicht gemacht vielleicht vielleicht dann noch einmal und dann soll das reichen achso ohne bonem ich habe drei fäder stehen mit potzzeug ja für deine pflanzen ne ja ich habe das ganze zeit gemacht dass ich immer nur ein seed genommen habe jetzt nehme ich mal drei verschiedene ja normal ich habe immer nur eine sucht züchte gib ihm immer jetzt machen wir noch da von welcher besonders als ich gestern erstmal die kissen mit bommel gefüllt habe die cache habe mit dem cache hin und voll gemacht naja nicht ganz voll irgendwie 20.000 oder so rein da es geht ja weil wie dreimal oder viermal so viel kriegst du durch wenn du die knochen im inventar machst ne mhm naja kannst du ja also du meinst baumiel herstellen naja naja musst du glaube ich keine ahnung kannst du glaube ich in segment oder in pulverweiß kriegst du sechste in segment kannst du achte kriegen ok ja aber baumiel am arsch ey ich weiß wieviel nachher noch produziert wird ja da ist das lächerlich da ist mir egal es sind arg genug knochen da und zweitens kommt ich glaube ich durch das siebung auch noch was ja